Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Cube. Wir sind gerade etwa gefühlte 3 Millionen Kilometer abgestösse mit dem Lift. Uns ist eine komische Kugel entgegengekommen und... Ja... Mal schauen, was uns da erwartet. Nicht lustig. Nicht lustig! Das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich springe einfach runter, oder? Es sieht nicht so aus, dass ich hier... Ja... Dann komme ich hier unten wieder hoch. Frau, ich kann meine magische Hand nicht benutzen. Okay, es sieht nicht so aus. Ah, ich muss wahrscheinlich... Warte... Was hat denn da... Ah, warte, da ist ein rotes Ding. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich rüber springen, dann... Gehen wir hier nochmal hoch. Alles ist kaputt. Was soll die Scheisse? Ah, warte, ich kann ja hier... Über den Block... Ich meine, bin ich geprüft worden. So, was passiert hier vorne? Nichts. Hopps! Wir fahren weiter runter. Wie will es eigentlich noch runtergehen? Hallo? Irgendwann ist es fertig. Mach mich nicht nervös. Ich erinnere mich ein wenig an Portal 1, wo wir plötzlich hinten durchgeführt worden sind. Und Portal 2 war eigentlich alles kaputt. Also es ist eine Mischung. Wir fahren weiter runter. Ah, der blaue Block... Da müssen wir drauf springen. Kann ich drauf springen? Nein. David spielt Eve online. Nein, ich habe noch nie gespielt. Okay, ähm... Ah, der fährt her und her. Im Kreis. Was... Brötet der uns eigentlich? Oder was macht der? Der macht gar nichts mit uns. Ehrlich gesagt habe ich noch nie ent... Ah, warte, ich muss den roten... ...dohen... ...bekommen, oder sie? Genau. Mal schauen, wie kommt er da drauf? So, jetzt bleibt er hängen und wird umgelenkt. I don't see it. Ich habe keinen Plan, was... Mal schauen, ob er nochmal da drauf kommt. Nein. Wenn ich jetzt hier runter springe, passiert nichts. Weil... Weil der ja irgendwie blockiert ist. Aber eigentlich müsste er mich hoch schiessen. Ah, du hast schöne Schlagen, um hoch zu laufen. Okay. Hm... Machen wir den halt runter. Hier oben. Oder ganz oben. Ich habe nur zwei hier oben voran. Ah. Mann. Ich habe den Dings nicht gesehen. Ah, der liefert Strom für die einzelnen Blöcke. Ich heisse Jackies. Aber... Ich habe den roten... Ah, er musste zuerst elektrisiert werden. Oh Mann. Okay. Verstanden. What? Okay, ich habe das System verstanden. Wir können die nicht benutzen, solange sie nicht in Berührung gekommen sind, mit dem richtigen Kabel. Oh, wo ist da? Okay. Kannst du den oben auch noch gleich elektrisieren. Jetzt brauchen wir noch diesen hier annehmen. Ich muss sagen, sehr geil, wie sie diese Rätsel hier weiterentwickeln. Von Mal zu Mal. Mit dem hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. So, jetzt schwank ich ein bisschen rüber. Okay, ist zu wenig. Ich muss zuerst den rauf machen. Den habe ich vorher gar nicht gesehen. So, jetzt schwenk aus bis zu hinten. Jawohl. Jetzt können wir den vorne kippen. Oh, den in der Mitte hat es nicht aktiviert. Oh, warte. Wie kommen wir den geilen? Den blauen? Ah, den blauen kommen wir locker. So, und jetzt den geilen in der Mitte noch. Okay, es sieht nach einem Starträtsel aus. Ich sehe schon das Entwicklungspotenzial. Und was ist die verdammte Kugel? Das frage ich mich auch. Was macht ihr? Oh, ich habe gerade gesehen. Ich weiss gar nicht, wenn ich jetzt bei 15 Minuten bin. Super. Ich habe etwas Neues ausprobiert. Anstatt immer nach dem Aufnehmen das Audio-File abzuspeichern. Ah, jetzt einfach mal ein wenig über hier und wieder die Aufnahme gestartet. Was? Laufst du weg? Ah, jetzt ist es rot. Ja, ohne zu beachten, wie viel Abstand sich zwischen den einzelnen Fels lohnt. Das war wirklich ein super Plan. Ah, ich glaube, ich muss die eine Kugel hochbekommen. Hm. Warte, jetzt noch viel mehr. Was ich auch noch gelesen habe, ist, es gibt Secret Level. Das konnte ich am Anfang nicht verstehen. Aber wie jetzt, wo ich sehe, wie sich das Ganze entwickelt, glaube ich das sehr gerne. Ich glaube, das unten haben wir wirklich noch nichts machen können. Ich glaube, ich stoppe die Kugel mal. So. Das sieht gut aus. Jetzt stoppen wir die nochmal. Ah, okay. Wenn es da unten ist. Über. Hauf. 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 Zu spät. Zu spät. Zu spät. Geh zurück. Hauf. So, jetzt. Modernes Flippen. Und der mal rauf. Nein, der bringt nichts. Der auch nicht. Das geht in mich und her. Nein, rauf. Shit, zu spät. So, jetzt. Jetzt wahrscheinlich der hier ganz raus. Jawohl. Das ist ein geiles Rätsel. Das gefällt mir. Der rauf. Der. Oh nein, jetzt geht der hier nur im Kreis. Kann ich hier runterhüpfen? Ja. Oh nein, da ist Glasplatte drüber. Okay, wie bekomme ich da in der Mitte? Wenn er da hinten geht, geht er da rüber. Dann geht er da... Da vorne, vorne. Ja. Mal schauen, warte schon. Geht er wirklich da hinten? Nein, dann geht er doch wieder hier hin. Wenn ich den runter mache, dann geht er bis ganz da hinten. Das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Hm. Lassen wir ihn lieber durch im Kreis laufen. Ah, was? Hier geht es hinten. Ah, dann geht er in die Richtung. Ah nein. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Okay, auf jeden Fall machen wir den mal rauf nachher. Wo gehst du hin? Er geht zurück. Mann, ist das komplizierter Ball. So, jetzt ist er wieder in diesem Loop gefangen. Okay, dann können wir schnell denken. Er geht nachher... ...dau auf der Reihe. Läuft er da hinten. Kommt hier hin. Zack, zack, zack. Müssen wir ihn da rauf machen. Muss ich ihn dann hier hin? Nein, hoffentlich nicht. Hoffentlich geht er dann hier hin. Und... Dann muss er... Wo muss er eigentlich hin? Wo hast du den Ausgang? Ah, auf eine blaue. Okay, ich muss diesen wieder zurück machen. Okay, starten wir jetzt. Jetzt. Hauf. Der wieder weg. Yes, richtig. Oh, er hängt da oben. Ah, er reisst uns die Wande. Sehr geil. Pop! Zum Glück. Halt es durch unsere Tore. Was machen wir jetzt? Flieg, mein Junge! Flieg! Ah, so. Jetzt muss ich mal schauen... Was haben wir denn... Wie lange haben wir denn die Aufnahmesession? Schon... ...knapp 500... Kompliziert zu rechnen. Ich würde sagen, ich glaube ich noch vier Minuten. Vier, fünf Minuten. Ihr sehnt sicher, wie lange ich auf einem Ort ist. Es ist zum Schluss, ob ich hier ungefähr richtig liegen bin oder nicht mit meinem Abschätzen. Oh, komm ich da wieder rauf? Jawohl, Gott sei Dank. Ah... Es wird immer... Kann ich da mal am Berg stehen? Nein, er geht durch mich durch. Warum? Bin ich dir nicht gut genug? Wo muss ich da hinbekommen? An diesen hier? Aber der spickt ja nur an die Wand. Warte, hm? Also, jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen Brug, um hier überzukommen. Den müssen wir hoch machen. Den... So... Wo bist du? Fahr doch weiter! Ah, wird er abgehalten von dem? Nein. Hallo, Dude! Und er wird ihn vorne machen. Wieso laufst du nicht mehr? Nein. Habe ich dich jetzt zum... Absturz gebracht? Ich hoffe es nicht. Ich muss alles resetten. Er läuft nicht mehr. Nein, der Ball läuft nicht mehr. Dude! Dude! Du musst hier im Kreis rum. Oh Mann! Schau, ich kann hier rüber. Willst du jetzt? Ich glaube, der ist echt hängen geblieben. Okay, in dem Fall, wenn der schon hängt, nutze ich die Gelegenheit und mache kürzere Episoden. Dann weiss ich auch wieder genau, wie lange ich spiele. Super! Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal von Cube. Tschüss zusammen!